Von wo aus schaust du mir heute zu? Wie sind deine regionalen Begriffe für bestimmte Dinge, für bestimmte Tätigkeiten? Das ist das Thema unserer Folge heute zum Thema Wortschatz erweitern, wo du wieder eine Übung, wo du wieder einen Gedankenanschluss bekommst, damit dein Wortschatz einfach noch besser wird. Vielleicht kennst du das. Es gibt die unterschiedlichsten Worte für bestimmte Begrifflichkeiten. Machen wir was ganz Einfaches. Im Osten der Republik kriegst du einen Bräuler, woanders ist es ein Hähnchen. Und jetzt überleg mal bitte, welche regional spezifischen Begriffe kennst du? Wir gehen mal einige durch. Da gibt es unter anderem den Teppich. Der Teppich ist ein Bodenbelag. In der Region Stuttgart ist der Teppich aber auch die Wolldecke zum Zudecken. So, weiter geht's. Dann hast du möglicherweise schon mal den Begriff gehört oder die Uhrzeit gehört. Drei Viertel Zehn. Das ist Viertel vor Zehn. Überleg mal bitte, wie die Uhrzeiten genannt werden. So, dann gibt es die Zwei-Zimmer-Wohnung. Aber in Leipzig ist es die Zwei-Raum-Wohnung. Und dann kennst du vielleicht beim Essen ganz viele Sachen. Bei manchen ist es der Berliner, bei den anderen ist es der Pfannkuchen. Woanders ist es auch möglicherweise ein Brötchen, was du kaufst. Und dann gibt es noch die Schrippe. Oder ist es die Semmel? Überlege mal bitte, dass du dir bestimmte Wörter nimmst und du denkst, wie heißen die in den unterschiedlichen Regionen. Du kannst, das ist ähnlich wie Synonyme, weißt du was, das verlinke ich dir mal hier, Synonyme. Aber du kannst einfach mal schauen, was es so in unterschiedlichen Regionen für unterschiedliche Worte gibt. Es ist unglaublich, wie dein Wortschatz wächst, wenn du denkst, was war das gerade? Okay, nicht doch, ist doch was ganz Normales. Das wird dir sofort helfen, deinen Wortschatz massiv zu erweitern und diesen zu verbessern. Kannst du übrigens auch hier unten, da ist ein Online-Kurs. Dieser Online-Kurs hilft dir sofort, einen besseren Wortschatz zu haben. Durch die verschiedenen Übungen mit PDF-Dateien, mit Beispielen, mit Umsetzungsmöglichkeiten, wirst du deinen Wortschatz sofort, leicht und richtig, richtig stark verbessern. Wenn du sagst, das ist was für dich, unten drunter einfach auf den Link klicken. Ansonsten weißt du, wir haben hier ganz viele Videos zum Thema Wortschatz erweitern. Das ist wie immer hier verlinkt, sodass du ganz einfach ins nächste Video gucken kannst und deinen Wortschatz Stück für Stück erweiterst. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, hab eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.